Ja, auch hier haben wir noch ein Stück Stadtbahntunnel, ein Stück fählender Stadtbahntunnel als Zulauf von zur Staatsgalerie und an dieser Stelle unterquert jetzt die Röhre, die eine Röhre, die andere neue Röhre zum Charlottenplatz und deswegen ist hier unter der Straße auch schon einen Teil fertiggestellt, das sieht man jetzt natürlich, also ihr nicht, ich habe ja die Röntgenbrille, Mensch, haha, ne, ja, gut, man kann inzwischen erkennen, was hier geschieht, dass es einen Tunnel gibt, glaube ich, ein bisschen Fantasie, ne, ansonsten, ihr Lieben, ist das hier ganz wichtig, ein Zulauftunnel in offener Bauweise, ich glaube, das ist jetzt die ideale Stelle, um das Thema mal zu behandeln, beim Zulauftunnel in offener Bauweise, da, nein, Moment, wartet, ähm, jetzt erst nochmal für alle, die wissen, was jetzt kommt und jetzt gleich schon online schreien, äh, schaut mal, unten gibt es hier noch eine Sprungmarke, ihr könnt das jetzt überspringen, also, zack, weg mit euch, also für den Rest, der mein Humor aushält, Tunnel in offener Bauweise, drei Arbeitsschritte nötig, erstens, Loch buddeln, zweitens, Tunnel betonieren, drittens, Loch zubuddeln, it's so easy, Freunde, ja, so, und jetzt sind wir wieder seriös, so, ich wünsche alle wieder zurück, äh, willkommen zurück, zurück, willkommen, ach Leute, ich, ich glaube, ich habe einen halben Sonnenstich, jetzt gucken wir mal, wer hier so einen Heidenlärm macht, ich höre einen Bagger meiseln, einen Meiselbagger? Bäh, ich habe einen Schöneben, einen Schöneben, einen Schöneben, einen Schöneben, Schöne Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Wie die Röhre hier absinkt quasi, um dann da hier die andere Röhre zu unterqueren. Die ZDF für funk, 2017 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Kupfer. Wachstum Zähne Wachstum Wachstum WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Zähne Untertitelung. BR 2018 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 Drücken. Die Mauer muss weg. Oh ja, jetzt sie wackelt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Und zieh, zieh. Ja, 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 bewegt sie, bewegt sie. Oh, oh, nein. Stopp, Halt verfehlen. Ja, 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 ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wachstum Untertitelung. BR 2018 Zauber! Ja, ich würde sagen, jetzt habt ihr euch euer Feierabend redlich verdient. Und nicht dann bald auch. Bis zum nächsten Mal.